Die FDP will die Tür zur Weiternutzung der verbliebenen Atomkraftwerke in Deutschland offen halten. Wie aus einem Grundsatzpapier der FDP-Fraktion im Deutschen Bundestag hervorgeht, sollen die Meiler noch mindestens ein Jahr nach ihrer Abschaltung in einem betriebsbereiten Zustand bleiben, um sie im Falle von Energieknappheiten wieder hochfahren zu können. Dies betrifft die Atomkraftwerke Isar 2, Neckar-Westheim 2 und Emsland, die am 15. April vom Netz gehen. Unterstützt wird der Vorstoß auch von CSU-Landesgruppenchef Dobrindt. Er plädiert dafür, schon jetzt neue Brennstäbe zu bestellen. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.